moin sind meine damen und herren und damit herzlich willkommen zum video ja ich habe gesehen wie werde eure dps verdoppeln ich bin ehrlich zu euch werde eure dps verdreifachen ganz simpel und einfach geht das und das wie es funktioniert das erkläre ich euch jetzt ich blende euch gleich mal ein paar sachen ein und zwar geht einfach auf meinen kanal sucht euch die dementsprechende klasse raus schaut euch die videos dazu an und lasst euch überraschen lasst euch überraschen ihr werdet eine menge menge mehr schaden machen und das ganz simpel und einfach schaut euch die videos an ich lasse jetzt hier noch mal ein paar videos durchlaufen guckt euch das an und ich wünsche euch dabei ganz ganz viel spaß einen schönen start heute in den tag ich habe gestern 13 stunden oder sowas hier guides vorbereitet und gearbeitet und so weiter und so fort ich mache für alle klassen guides und bin aber heute morgen wieder richtig fit und habe echt ich bin aufgestanden hat vielleicht bock auf videos ich habe erst meine kids zur schule gebracht und 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 mein sohn hat aber noch geburtstag und das baby versorgt und hier und da so diese typische action und wie gesagt schaut hier einfach auf meinem kanal vorbei und nimmt noch am gewinnspiel teil ja noch am gewinnspiel teil hier oben könnt ihr sehen so ich blende euch die videos ein viel spaß damit du brauchst nur einen einzigen knopf um die perfekte rotation zu fahren bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal